Mittlerweile steht die Boeing 737 MAX überall auf der Welt seit fast vier Monaten am Boden. Seit fast vier Monaten kann man als Passagier nicht mehr mit einem solchen Flugzeug fliegen und das ist schon echt eine gewaltige Zeit. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass die Kapazitäten dieser fast 400 Flugzeuge, die seit diesen vier Monaten am Boden stehen, dass die ersetzt werden müssen, zusammen mit den Kapazitäten der Flugzeuge, die in dieser ganzen Zeit eigentlich hätten ausgeliefert werden sollen. Und heute schauen wir uns einen solchen Ersatz, einen solchen 737 MAX Ersatz mal etwas genauer an. Das Besondere daran, dieser 737 MAX Ersatz wurde auch mal eben schnell zum kürzesten A380 Flug überhaupt. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Also, um ganz genau zu sein, zum Zeitpunkt des weltweiten Groundings der Boeing 737 MAX wurden 387 Flugzeuge von einem Tag auf den nächsten abgestellt. Alles Flugzeuge mit einer Kapazität rund um 180 Sitzplätze. Die Hauptproblematik hinter der ganzen Nummer ist das sogenannte MCARS. Eine Software bzw. ein System, das im knapp 1600 Seiten langen Pilots Manual der 737 nur im Glossar erwähnt wird. Aber gut, was man bei der ganzen Sache schnell mal aus den Augen verliert, ist, dass Boeing natürlich in diesem Zeitraum jetzt die ganze Zeit weiter Flugzeuge vom Typ 737 MAX produziert hat. Das sind mittlerweile so viele, dass man das gesamte Werk, das gesamte Boeing-Werk in Rantan, nach Seattle, damit zugeflastert hat. Was aber erstmal auch gar nicht so unnormal ist, denn dort in Rantan wird ja die Boeing 737 MAX produziert. Und die Produktion des Flugzeuges, die wird ja fortgesetzt. Das ist übrigens nicht der Ort, an dem Boeing die Flugzeuge vom Typ 777, 767, 747 und auch 787 baut. Das ist das große Boeing-Werk in Everett. Am interessantesten sieht es jetzt allerdings aus am sogenannten Boeing Field. Das ist nochmal ein weiterer Standort im Boeing-Universum rund um Seattle. Und diesen Standort, den nutzt man quasi zur Zeit nur noch als Parkplatz. Da steht alles voll mit 737 MAX und sogar der Parkplatz für Mitarbeiter wird mittlerweile genutzt als Parkplatz für die 737 MAX. Boeing Field ist dabei der Ort, also wir haben jetzt gerade drei verschiedene Orte rund um Seattle aufgezählt. Boeing Field ist der Ort, an dem der Flugzeughersteller fertige Maschinen des Typs 737 an die entsprechenden Kunden übergibt. Der Auslieferungsstopp ist daher auch an diesem Ort am allerbesten zu erkennen. Da staunen sich die ganzen Flugzeuge eben auf. Das aber nur mal so am Rande, damit man nicht aus den Augen verliert, was da mittlerweile für eine Masse an Flugzeugen produziert wurde, die einfach darauf warten, dass das Ganze jetzt irgendwo irgendwann mal weitergeht. Ich war vor ein paar Tagen am Flughafen von Teneriffa, also auf den Kanaren. Und selbst dort steht eine Handvoll Boeing 737 MAX, fein säuberlich abgedeckt, seit mittlerweile knapp vier Monaten rum. Das sind halt die Flugzeuge, die am Tag des Flugverbotes hier in Europa eben auf dem Weg nach Teneriffa waren, beziehungsweise dort dann eben den Rückflug nach Hause nicht mehr antreten konnten. Die stehen da seit vier Monaten rum und niemand kann die Dinger benutzen. Also, die Fluggesellschaften müssen ganz klar die hier weggefallenen Kapazitäten ersetzen. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Denn die Kapazitäten, die hat man ja schon verkauft. An Passagiere, an Fluggäste. Gerade hier in Europa zur Sommerzeit, in der Urlaubszeit, ist das eine ganz ordentliche Aufgabe, vor der man jetzt steht, da man eben vieles nicht einfach durch clevere Verbindungen auf ältere, schon vorhandene Flugzeuge abwälzen kann, so wie das eventuell in den USA auf den ein oder anderen Inlandsflügen noch möglich ist, durch eine engere Taktung mit volleren Flugzeugen. Hierzulande in der Urlaubszeit dürfte das eher etwas kritisch werden. Und so kommt es dann zustande, dass TUI Fly, also der deutsche Ableger der TUI-Gruppe, zurzeit mit einem portugiesischen A321 unterwegs ist. Und in der TUI-Gruppe selbst gibt es dann auch noch zwei weitere A320 aus Estland und zwei weitere A320 aus Litauen. Irgendwie logisch, man versucht natürlich die weggefallenen Boeing 737 MAX, ganz egal, ob man die jetzt schon mal hatte oder ob die eigentlich nur bestellt waren und jetzt hätten ausgeliefert werden sollen, das ist ja vollkommen egal, man versucht die Flugzeuge durch ähnlich große Maschinen zu ersetzen. So, und jetzt kommt an der Stelle der Airbus A380 ins Spiel. Ein Flugzeug, was man da nicht unbedingt erwarten würde. Zu den Fluggesellschaften mit einer Boeing 737 MAX in der Flotte gehört nämlich auch die arabische Billigfluggesellschaft Fly Dubai. Obwohl, so eine richtig klassische Billigfluggesellschaft ist das nicht unbedingt, denn die sind aktuell ausgestattet mit 50 Boeing 737-800 und die meisten von denen sind wiederum ausgestattet mit einer wirklich brauchbaren Business Class. 12 echte Business Class Sitze und auch sonst sieht es in diesen Flugzeugen nicht wirklich nach Billigfluggesellschaft aus, sondern die Dinger sind einfach sehr gut und modern ausgestattet. Im Schnitt sind die Flieger der vor knapp 10 Jahren gestarteten Airline nur etwas mehr als 4 Jahre alt, also die haben eine echt junge Flotte. So, und typisch Billigfluggesellschaft ist bei dieser Airline eigentlich nur das Thema Versorgung, denn an Bord müsst ihr Getränke, irgendwas zu essen, irgendwelche Snacks, das müsst ihr alles bezahlen, außer auf den längsten Flügen der Fluggesellschaft. Aber auch das Thema hat man irgendwie ein bisschen lässiger gelöst als bei den Fluggesellschaften, die wir hierzulande so kennen, die hierzulande low-cost auf der Kurz- und Mittelstrecke unterwegs sind, denn bei Fly Dubai habt ihr in der Rückenlehne des Vordermanns immer einen eigenen Bildschirm für euch, der auch mit entsprechenden Entertainment-Sachen ausgestattet ist, aber da könnt ihr euch eben auch einfach durch die Produkte, also durch den Bordverkauf, durch alle möglichen Snacks, Getränke durchblättern und dann einfach auf eurem Bildschirm von eurem Platz aus ganz entspannt bestellen. Sowas sieht man vor allem auf der Kurz- und Mittelstrecke dann doch eher selten. Ich meine, Norwegian hat das in ihrer 787 auf der Langstrecke, da funktioniert das ähnlich, aber auf der Kurz- und Mittelstrecke ist das doch schon mal eine sehr moderne Art und Weise, sich seine Sachen dort an Bord einzukaufen. Auf jeden Fall haben sich seit Mitte 2017 bei Fly Dubai insgesamt 14 Boeing 737 MAX angesammelt, also 14 Flugzeuge, die jetzt alle gerade nicht eingesetzt werden können. Damit fällt fast ein Fünftel des Fly Dubai Flugplans erst einmal flach. Und natürlich, der Auslieferungsstopp der 737 MAX, der reißt jetzt auch ein nicht zu unterschätzendes Loch in die Zukunftsplanung dieser Fluggesellschaft. Die Airline gehört nämlich zu den größten 737 MAX Kunden überhaupt. Im Jahr 2013 hatte man sich ganz bewusst für eine Zukunft mit einer reinen Boeing-Flotte entschieden, hat dann 75 Boeing 737 MAX 8 festbestellt, sich dazu dann gleich nochmal 25 Optionen auf das Flugzeug eingesackt. Und überraschenderweise hat man dann auf der Dubai Airshow im Jahr 2017 nochmal ganze 175 Boeing 737 MAX festbestellt. Dazu nochmal weitere 50 Optionen für das Flugzeug. Unter den 175 festbestellten Maschinen befinden sich übrigens mindestens 50 737 MAX 10, also nach der MAX 9 die nochmals verlängerte Variante der 737 MAX, die noch nicht am Himmel irgendwo zu sehen war. Also das ist ein weiterer Boeing Erstflug, der eigentlich nach der 777X jetzt auch noch für dieses Jahr geplant war. Mal schauen, ob das überhaupt noch klappt. Und so hat man dann unterm Strich bei Fly Dubai 250 Maschinen bestellt aus der 737 MAX Familie. Dazu nochmal 75 Optionen auf die verschiedenen Flugzeugtypen. Da hat man also noch eine ganze Menge vor. Fly Dubai ist übrigens, obwohl das oft angenommen wird, keine Tochtergesellschaft der Emirates. Ganz offiziell haben diese beiden Fluggesellschaften eigentlich gar keine Verbindung miteinander, beziehungsweise ihre erste Gemeinsamkeit, die findet sich dann beim Staat wieder. Das sind nämlich beides staatliche Fluggesellschaften, Emirates, genauso wie auch Fly Dubai. Damit, wenn man es dann unbedingt so will, teilen sich diese beiden Fluggesellschaften quasi den Vorsitzenden. Und somit liegt es dann doch irgendwie nahe, dass die große Emirates der kleinen Fly Dubai doch hin und wieder mal ein bisschen aus der Patsche helfen muss. Und wie gesagt, da fehlen jetzt gerade die 14 737 MAX. Dazu werden keine neuen Flugzeuge ausgeliefert. Emirates hilft daher mit ihren Kapazitäten aus, kann der deutlich kleineren Fluggesellschaft einige ihrer Reserven zur Verfügung stellen. Und da Emirates eben nur mit 777 und A380 ausgestattet ist, läuft es darauf hinaus, dass hier ein wirklich großes Flugzeug auf einer vergleichsweise kurzen Strecke eingesetzt wird. Die Fluggesellschaft ersetzt mit einem ihrer Airbus A380 jetzt also eine oder mehrere Boeing 737 MAX, der Fly Dubai. Und eröffnet somit kurzerhand, ohne Groß-Tam-Tam zu machen, mal ebenso die kürzeste A380-Verbindung überhaupt. Seit dem 1. Juli, also jetzt seit etwas mehr als einer Woche, bedient Emirates nämlich die Verbindung von Dubai nach Muscat, also in die Hauptstadt des Omans, mit ihrem 520-Sitzplätze-starken A380. Und das sind mal ebenso fast dreimal so viele Sitzplätze, wie sie einem Boeing 737 MAX, der Fly Dubai, bieten könnte. Und die Bestuhlung und das ganze Produkt an Bord des Airbus A380 der Emirates, das ist natürlich alles etwas vollkommen anderes. Aber das Beeindruckendste ist eigentlich die Verbindung an sich, denn von Dubai nach Muscat, das sind gerade mal 350 Kilometer Luftlinie. Das entspricht ziemlich genau der Entfernung vom Hamburger Flughafen zum Flughafen in Düsseldorf. Und jetzt stellt euch mal vor, Lufthansa würde zweimal täglich, so oft fliegt Emirates nämlich jetzt die Verbindung von Dubai nach Muscat mit dem A380, Lufthansa würde mit ihrem A380 zweimal täglich von Hamburg nach Düsseldorf fliegen. Die Flugzeit, die da jetzt auf dem Ticket steht, das sind knapp 40 Minuten. Das ist für ein A380 natürlich alles andere als normal, aber es funktioniert selbstverständlich auch. So und jetzt hat man sich damit natürlich die Möglichkeit geschaffen, im Idealfall eben nicht nur eine 737 MAX Verbindung, sondern eben gleich mehrere zu ersetzen. Natürlich ist dieses Flugzeug nicht für eine solch kurze Strecke gebaut, kann auch auf Dauer nicht so effizient auf einer solch kurzen Strecke operieren, wie das beispielsweise mit der 737 MAX möglich ist. Und der A380 klaut jetzt gerade sicherlich auch dem einen oder anderen Reisenden etwas Flexibilität auf dieser Verbindung, da Fly Dubai das Ganze mit ihrer 737 am Tag einfach etwas häufiger geflogen wäre. Aber damit hat Emirates jetzt den kürzesten A380 Flug mit knapp 350 Kilometern Luftlinie in ihrem Programm. Und Emirates hat, wer eigentlich auch sonst, auch den längsten A380 Flug und zwar mit 14.200 Kilometern die Verbindung von Dubai nach Auckland. Dafür werden dann aber keine 40 Minuten berechnet, sondern auf dem Hinweg etwas mehr als 16 Stunden, auf dem Rückweg etwas mehr als 17 Stunden Flugzeit. Und Emirates hat diese jetzt gerade kürzeste A380 Verbindung auch nicht als neue Strecke in den Plan aufgenommen, sondern man fliegt normalerweise auch so schon die kurze Strecke von Dubai nach Muscat, allerdings dann mit einer Boeing 777, was natürlich auch vollkommen unpassend ist. Aber gerade nachdem vor knapp zwei Jahren alle möglichen Direktflüge von Dubai nach Doha, nach Katar weggefallen sind, da wird eben die Strecke von Dubai über Muscat nach Katar, das wird sehr, sehr stark nachgefragt. Und deswegen bekommt man dort auch eine 777 voll. Und das auch wenn Fly Dubai dort mehrmals täglich mit der 737, egal ob Max oder nicht Max, unterwegs ist. Aber gut, soviel an der Stelle dazu, das soll es damit heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Mich würde mal interessieren, welche kurzen Strecken ihr denn schon mit einem Langstreckenflugzeug zurückgelegt habt. Da gibt es ja immer mal wieder so Dreiecksflüge, zum Beispiel in der Karibik oder so, wo man dann nochmal so ein paar Inseln dann hintereinander abklappert oder sowas. Und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Tim, an David und an Hendrik. Vielen lieben Dank an euch drei für eine großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Freue ich mich sehr drüber, damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.